Ähm, ich bräuchte ein Bütschen. Warte, die war... Da hinten, ne? Ich hätte gern ein paar Tränke. Wo ist denn der Katzensack? Ich glaub, ich mach erstmal die Hauptquest, weil ich weiß nicht, wie ich sonst... Ich glaub, durch die Hauptquest werde ich da schon wieder hinkommen, ist meistens so. Danke. So, das heißt, wir haben jetzt die Nebenquest gemacht. Wir gehen da zurück. Und reden mit Otto. Äh, Schledorn. Entschuldigung. Ich hab irgendwie vergessen, dass wir schon mit Otto geredet haben. Naja. Sie ist von mit. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit? Und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na, sag schon. Was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Bei Griegors Bad. Also, keine Ahnung, wofür man das braucht, aber... Ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Hul mal Geff und Otto her, ja? Ist gut. Also hat uns mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sitzgrad nicht besuchen will, tu ich, was ich kann. Und, äh... Was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also, eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen mitredet. Deswegen müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Übernehmt ihr das? Besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns. Dampferblassen 1. Sprich mit Schle... Also. Sprich mit Schle... Warum? Ich spreche mit Schleedorn. Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. Wer von den beiden ist denn jetzt der Holder aus Erwählte? Oh! Oh! Otto, komm mit mir. Ist mir recht. Wo finden wir diesen Sternsand und wie erkennen wir ihn am besten? Im südlichen Teil der Welkhoi gibt es einen Fluss. Haltet an seinen Ufern nach schwarzem Sand Ausschau. Ich nehme mal an, du wirst eine ganze Menge davon brauchen. Vielleicht sollten wir in Dalimil Hilfe auftreiben. Ich gehe vor und sehe, was sich machen lässt. Danke. Wir treffen uns am Fluss. Passt auf euch auf, ja? Ich gehe dann mal zu diesem Händler. Lass dich nur nicht von ihm übers Ohr hauen. Ach, keine Sorge. Ist doch Schleeder uns bekannter. Oder? Oh Gott, dann viel Glück. Habe ich es komplett... Ich wollte Otto bei mir haben. Mach dir keine Sorgen. Der Gauner, der mich reinlegen kann, ist noch nicht geboren. Oh Gott. Was habe ich angestellt? Ich gehe schon mal vor und sehe mich in Dalimil um. Komm direkt zum Fluss. Ja. Ja. Naja. Wo ist denn jetzt diese Quest? Ich bin mir nicht so sicher, ne? Ich... Ich gehe erst mal zu der Quest. Mal gucken, wo wir dann hin müssen. Nicht wahr? Ich glaube auch mit der... Also ich glaube, mit den Quests werden wir die Sachen aufdecken. Ich muss doch jetzt nicht alles selbstständig ablaufen. Das war das sonst auch nicht so. Und wo steckt Otto? Lauf wie der Wind! Otto-Line! Da ist er doch. Ich sehe ihn doch schon. Otto, bin ich spät dran? Oh, Clive! Ich habe die Gegend abgesucht. Hier dürften wir einiges an Sternsand finden. Scheinbar ist Schledon wirklich der Einzige, der ausgerechnet diesen Sand in seiner Schmiede benutzen will. Er liegt einfach hier rum und wartet nur darauf, gesammelt zu werden. Umso besser für uns. Dann beschwert sich niemand. Wohl wahr. Bedienen wir uns. Okay. Ich habe... Oh! Vivi! My Dexys! Oh! Ich habe das Gefühl, ich komme nicht irgendwie weiter weg. Aber gut. Da hinten glitzert es auf. Das ist also Sternsand. Bis auf die Farbe ziemlich gewöhnlich. Da glitzert es auf. Äh, wie viel war... Fünf? Ja, ihr seid ja lustig hier, ne? Geht es hier weiter? Also darf ich hier weiter sammeln oder bin ich falsch? Ich glaube, ich bin hier falsch. Mehr Sternsand. Okay, hier Sternsand. Mann! Dieses dumme Gespränge, wenn ich X drücke. Obwohl es schon längst eingeblendet ist. Ey, nee. Hier drüben. Okay, da darf ich nicht durch. Da. Nee, das ist ein Blut. Ah, hier. Das ist ja gemein. So. Also. Nee. Nee. Das sollte wohl reichen. Mal sehen, wie es bei Otto läuft. Ich wetten, der wird angegriffen und ich muss ihn retten. Aber das ist schon in Ordnung. Okay, auch... Oder auch nicht. Was hast du gefunden? Wie viel hast du? Genug. Hoffe ich. Mehr als ich. Na, für Schlederns Zwecke wird es schon irgendwie reichen. Hoffe ich. Äh, Clive. Gehen wir ein paar Schritte. Sid wäre stolz. Worauf? Auf dich. Was sonst? Auf die Art, wie du sein Werk weiterführst. Am Anfang dachte ich, du wärst bloß ein Trotzkopf, der zu sehr damit beschäftigt ist, deinem Schicksal zu grollen. Fünf Jahre später hältst du den Laden zusammen. Ein Glück, dass ich falsch lag. Du lagst nicht falsch. Ich hab mich verändert. Dank Sid. Und auch dank dir. Du hast sofort zugestimmt, als ich seinen Namen führen wollte. Und ohne dich hätte das sonst niemand. Dann hätte ich das alles niemals geschafft, Otto. Ach, hör doch auf. Ich werd ganz rot. Ich wollte nur Hoffnung statt Verzweiflung. Ich hab dir die Chance gegeben. Ja. Aber du hast sie genutzt. Du hast einem Haufen Hoffnungsloser etwas gegeben. Etwas Wertvolles. Für das es sich zu kämpfen lohnt. Genau wie Sid damals. Wird Zeit, dass ich zurückgehe, glaube ich. Dieses Rumgekrieche im Sand hat meine müden Knochen ziemlich geschafft. Dann sehen wir uns im Versteck. Und gönn dir ein bisschen Ruhe, wenn du da bist. Oh, das werd ich. Das kannst du mir glauben. Aber vorher werd ich noch dafür sorgen, dass Shledon seinen Sternsand bekommt. Sonst meckert er wieder. So. Bereit heimzugehen? Okay. Was? Was gähnen wir denn so? Ich bin halt kein Meter weiter gekommen. Was soll denn das? Naja, wir gehen trotzdem erstmal nach da. Die Jagdziele gibt's ja immer. Die werden ja nicht einfach deaktiviert. Deswegen passt es schon. Schleedörnchen, Schmörnchen. Schleedörn, hast du jetzt alles? Ja. Glaube ich. Danke für den Sternsand. Sollte fürs Erste reichen. War schön, auch mal rauszukommen. Lass uns das wiederholen. Dann mach ich mich jetzt mal an diese Wärmepanzerung. Wird aber etwas dauern. Also, falls du was erledigen musst, brauchst du mir nicht die ganze Zeit auf die Hände zu starren. Danke, Schleedörn. Ich geh gleich zu mit und sag ihr Bescheid. Ich glaube, es müsste jetzt reichen, oder? Wir sollten dann wohl auch zurück an die Arbeit. Ruf einfach, wenn irgendwas ist. Oh. Oder, 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 oder? Ich glaube, ich will wieder alles. Ich glaube, ich habe... Also, ich glaube... Oder? Shit. Ich dachte 69. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten zum Mid? Den Kristall hat er auch zerstört? Ja, habe ich. Doch, habe ich Bredboa. Bredboa, meine ich. Eine Wüstenallianz. Zip der Zweite. Gestatte mir, mich noch einmal für meinen anfänglichen Mangel an Vertrauen zu entschuldigen. Aber ich bin mir sicher, ein Mann wie du versteht, dass man sich das erst einmal verdienen muss. Vor allem in Zeiten wie diesen. Wie auch immer, meines hast du jedenfalls jetzt. Und du kannst dir sicher sein, dass du es so schnell nicht mehr verlieren wirst. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. Rujena. 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 Sid ist wieder im Bett mit Rujena. Ich erinnere mich. Okay. Mit. Ich bin auf dem Weg. Ich glaube, ich bin den Umweg gegangen. Aber hey. Das passt schon. An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Hallo, Desiree. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Kupka? Ich dachte, sein Tod würde etwas ändern. Aber wenn ich die Augen schließe, höre ich immer noch Yaras Stimme, wie er uns zuflüstert, dass wir weglaufen sollen. Wie er schreit, um die Aufmerksamkeit der Soldaten auf sich zu lenken. Seine Worte haben uns das Leben gerettet. Das werde ich nie vergessen. Es ist genau, wie er gesagt hat. Worte sind unsterblich. Und seine Leben in mir weiter. Seine Leben in mir weiter. Sie haben mein Leben verändert und seit jedem Tag wollte ich mich bei ihm dafür bedanken. Aber ich weiß nicht wie. Ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Wenn er nur hier wäre. Um sie mir zu sagen. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Boah, was? Fertigkeitspunkte. Heute kann ich den Titel... Ja. Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Jeder kann behaupten, den Lauf der Welt ändern zu wollen. Aber nur die wenigsten lassen ihren Worten auch Taten folgen. Du bist ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Ein Wohltäter. Hier, bitte. Danke. Jetzt kann ich aber auch das andere nehmen, ne? Respekt. Den Mitgliedern unserer Kompanie geht Ehre über alles. Sie gebietet es uns, unseren Dank auszusprechen, wann immer es angebracht ist. Wir mögen Martha dieses Mal enttäuscht haben, aber noch einmal wird uns dies nicht passieren. die Blutbeile. Bitteschön. Ein bisschen länger her. War's das? Ja. Danke, tschüss. Okay. Mit, mit. Mit, ich bin gleich da. Ich glaube, Mit könnte Hilfe. Ja. Alter, Jos, dann hilf ihr doch mal. Wenn mir nicht bald was einfällt. Melde gehorsams, dass Schledon an der Panzerung arbeitet. Wunderbar. Eins von dreien hätten wir. Und? Was kommt jetzt? Der Helm, würde ich sagen. Für den brauchen wir Material von den Gefallenen. Du meinst aus den Ruinen? Ich dachte, das Material wäre so schwer zu bearbeiten. Also gut, dass wir das nicht müssen. Ach nicht? Zufälligerweise gibt es da diese eine Ruine, deren Bruchstücke exakt die Form und Größe haben, die wir für unser Schiff brauchen. Dingsbums, da kann die mehr erzählen. Dingsbums. Ah ja. Na, Dingsbums halt, Mann, kennen sie doch. Helena, hallo. Oh, Sid, sicher geht es um den Helm. Äh, ja. Ich bin in Mitz Auftrag hier. Ah, dann zeige ich dir mal die Pläne. Also, das hier ist der Mithril-Antrieb und darin wird Mithril verbrannt, um Hitze zu erzeugen. Und diese Hitze wird wiederum in Antriebskraft umgewandelt. Die überschüssige Hitze wird von Wärme-Verschub-Aggregaten aufgenommen, abgeleitet und dann an die umliegende Luft abgegeben. Nur, würden sich die Aggregate allein auf die Panzerung verlassen, dann würde tatsächlich die Menge an überschüssiger Wärme den Verschub-Koeffizienten um ein weites Übersteigen, weißt du? Ja, klar. Es ist gesagt, der Reaktor würde überhitzen und irgendwann explodieren. Und deshalb brauchen wir den Helm. Er wird mit der Panzerung verbunden und dient als eine Art Wärmesenke, die die überschüssige Energie absorbiert. Unsere Experimente zeigen, dass das Material aus den Ruinen extrem hitzeresistent ist. Es hält weit höhere Temperaturen aus als alles, womit wir heutzutage arbeiten. Und obendrein ist es wasserfest und rostfrei, was es zum perfekten Baustoff für unsere Schutzhaube macht. Wenn, und ich bete wirklich, dass es nie passiert, Wasser in den Reaktor eindringt, würde es verdampfen und Kräfte freisetzen, die das Schiff zerfetzen vom Heck bis zum... Danke, schon gut. Hab's verstanden. Matt wollte wohl Teile einer bestimmten Ruine verarbeiten. Wo finde ich die? Ah, ja. Sie liegt an Loberts Forstweg nahe Kielbrück. Da gibt es nur ein Problem. Ich wünschte, ich hätte die Teile, die wir brauchen, schon früher besorgt. Jetzt hat sich nämlich leider ein unerwünschter Besucher dort niedergelassen. Einfach so hineinspazieren und Material sammeln geht nicht mehr. Es ist jetzt um einiges gefährlicher. Verstehe. Ich könnte mich ja um diesen unerwünschten Besucher kümmern. Hilft das? Oh, sehr sogar. Danke, Sid. Meine Leute und ich machen uns gleich auf den Weg. Wir treffen uns an der Ruine. Solange es nicht dieser komische S-Typ ist. Lauberts Forstweg. Aber erst mal... Bäm. Hehehe. Ähm, das ist... Warte mal. Also, was habe ich denn gerade? Ich nehme Gaias Zorn dahin. Die Urerschütterung. Das heißt, die Urerschütterung werde ich hier wieder rausnehmen. Hm. Werde dann doch wieder den nehmen. Obwohl, nein. Ja. Die titanische Gerade. Ja. Das ist ja auch das, was ich drin habe. Richtig? Genau. Und die titanische Gerade. Let's go. Ja. Ja. Also, ich wollte ja noch woanders hin, ne? Ähm. Okay, ich hatte kurz die Hoffnung. Aber gut, Forstweg. Ich meine, naja. Ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht jetzt zu den Aufträgen komme, aber wir sind nicht in der Wüste. Das ist blöd. Kommt mit. Ich bringe euch zu Goldhorns Hof. Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht. Was? Was? Okay. Ich gehe hier hin. So, wir müssen da mal zu Lauberts Forstweg gehen, ne? Also, ich finde zwar die Wüste sehr hübsch, aber irgendwie ist es hier so idyllisch. Nein, Isigrim. Okay. Rankpier. Ein Vampir ist mir lieber. Okay, da noch eins. Dann will ich das bitte da drüben noch haben. Hier. Ja. Da sind Lutis. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hin muss. Ach da. Hallo. Ah, endlich, Sid. Ähm, gut, dass du da bist. Die, äh, Ruine ist gleich da drüben und wahrscheinlich auch die Kreatur, von der ich dir erzählt habe. Würdest du, äh, vorgehen? Kein Problem. Ich mach das schnell. Natürlich. Wo denn? Jemand zu Hause? Der wird sicher nicht freiwillig gehen. Helfen wir nach. Ari, Mann. So. So. Hä, wo ist er denn hin? Ich wollte es doch ausprobieren. Du kannst ja sowas nicht mit mir machen. Ja, jetzt wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Okay, ich dachte, da kann ich durch. Was stelle ich mich denn gerade so doof an? Der Stufe 30. Das wird mir jetzt zu bunt. Was ist das zu bunt? Was? Was ist das? Also, wenn wir das nicht in der politischen Branche gehen, dann machen wir das nicht in der politischen Branche. Was? Ja, sah nicht schlecht auf. Muss ich auch nicht aufladen, das ist eine gute Sache. Aber irgendwie... Ich glaube, das andere hatte mehr Damage, weil es auf einen ging. Nee, das ging auch auf mehrere. Ich bin verwirrt. Mann, der... Was ist denn mit dem? Ja, wirklich. Es war ein Schlag, der noch gefehlt hat. Meine Güte. Dann war Blassen 2. Das Auge des Kriegers? Nur wer sich schon einmal im Auge einer tosenden Schlacht wiederfand, weiß um seinen Segen und seinen Fluch. Bericht eines Überlebenden der Belagerung von Stonhür. Verlängert die Dauer des Effekts von Stärketonika um 10 Sekunden? Nö. Nö. Gut. Dann gehen wir zum Mitt zurück. Und hoffen, dass sie jetzt zufrieden ist. Oder so. Ich komme halt nicht mehr in die Wüste. Könnt ihr mich nicht in die Wüste schicken? Oh, warte mal. War das eigentlich schon... Nee, war noch nicht genug. Hm. Wie komme ich denn da... Ja, der wird schon wieder... Ich meine, wie gesagt, ich konnte auch noch jetzt die Aufträge machen, die Auftragsziege, die Jagdaufträge. Aber egal, da mache ich die jetzt halt nicht. Wenn mir nicht bald was ein... Mit. Helena hat jetzt das Material für den Helm. Sie wird bald hier sein. Wunderbar. Wieder einen Schritt weiter. Und was fehlt uns da noch? Ähm... Ach, nur noch die Schilde. Die sind etwas vertrackt. Wieso? Dank der Panzerung glüht der Antrieb zwar nicht durch, aber dieses Ding spuckt genug Feuer, um den Rest des Schiffes abzufackeln. Deshalb brauchen wir eine gute Abschirmung. Damit das Feuer schön da drin bleibt und draußen keinen Schaden anrichtet. Erst wollte ich eine dreifache Schicht Stahl benutzen. Oder irgendein gefallenen Material, aber das wird zu schwer. Der Helm und die Panzerung haben schon ein irres Gewicht. Wenn da noch viel mehr dazukommt, gluckert uns das Schiff noch vor der Jungfernfern ab. Ach, ich brauche irgendwas Leichtes. Aber ich habe absolut keinen Schimmer, was man da nehmen könnte. Also wenn ich so eine Frage hätte, dann wüsste ich, zu wem ich gehe. Hapo Kratis. Hapo? Klar, den hatte ich auch im Visier. Ich habe dir das Problem hier veranschaulicht. Kannst du ihm das bringen? Vielleicht weiß er ja was. Wird gemacht. Natürlich. Ich gehe jetzt mal den Weg. Ich glaube, das ist kürzer. Weiß ich nicht. Aber ich probiere es mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ähm, Hapo Kratis. Ja, kein Problem. Entschuldigung, Sir. Ich müsste hier mal durch. Hab's eilig. Papi. Hapo Kratis. Habt ihr kurz Zeit? Für euch gleich. Immer. Diesmal ist es eher für mit. Das hat sie mir gegeben. Hm. Hm. Schilde für einen Mithril-Antrieb. Mith überrascht mich immer aufs Neue. Und, äh, was steht hier noch am Rand geschrieben? Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Material. Es muss extremen Temperaturen aus dem Inneren standhalten, dabei außen kühl genug bleiben, um keinen Brand auszulösen, und es darf nicht so schwer sein, dass das Schiff sinkt. Wie ihr euch denken könnt, hat sie bislang noch nichts entsprechendes gefunden. Ah ja. Wisst ihr vielleicht eine Lösung? Oder könnt ihr in euren Schriften nach etwas suchen? Hm. Vielleicht braucht sie kein neues Material, sondern einen neuen Ansatz. Was soll das heißen? Seht euch den See an, auf dem wir leben. Die Fäule im Wasser zersetzt sowohl Holz als auch Stahl weitaus schneller, als die Natur es eigentlich täte. Und doch haben wir uns aus eben diesen Materialien unser Zuhause geschaffen. Das stimmt. Aber Bardolph muss jedes Brett zweimal lackieren, damit es nicht foult. Und Obolus beschwert sich, dass ohne ausreichend... Ach, Pech. Versteher. In alten, vigorischen Schriften findet sich die Erwähnung von Mondtau. Diese Tinktur soll sogar den heißesten Flammen standhalten können. Bevor den Dragoons die Zähmung von Drachen gelangen, ließen Burgherren ihre Mauern mit Mondtau bestreichen, um sie vor Feuer zu schützen. Hätten wir also diese Tinktur. Dann könnte Mith ein Material damit präparieren und es so für ihre Zwecke nutzbar machen. Wie und worauf sie es auftragen sollte, da wissen Bardolph und Obolus vielleicht mehr. Ich rede mit ihnen. Ihr kümmert euch in der Zwischenzeit um den Rest. Schließlich muss jemand die Zutaten für den Mondtau besorgen. Und wenn ihr damit fertig seid, berichte ich euch, was unsere beiden Freunde zu sagen hatten. Die Weisheit der Vergangenheit bleibt auch in der Gegenwart wertvoll. Danke, Herpokratis. Und wenn ihr andere um Hilfe bittet, sollte ich das auch. Und wir sollen euch dabei helfen. Genau. Ich versuche die Zutaten aufzutreiben. Kommt jemand mit und hilft mir beim Suchen? Währenddessen könnte ich Hilfe gebrauchen, um mehr über die Anwendung herauszufinden. Seid ihr dabei? Immer. Gut, ich habe auch Zeit. Danke. Sicherlich könnten mir sowohl Jill als auch Taya bei den Nachforschungen assistieren. Entscheidet also selbst, wer von beiden euch begleiten soll, Clive. Ihr überzeugt mich mal. Stell dir vor, wir hätten schon auf Drustanos etwas von diesem Mondtau gehabt. Das hätte uns den Weg sicher erleichtert. Ich hätte diesen Ort wohl auch mit Mondtau nicht lebend verlassen. Aber einen Einkauf in Nordstedt könnte ich gerade noch so überleben. Und, Clive, habt ihr euch entschieden? Wer begleitet euch bei eurer Suche? Es war eine sehr schwere Entscheidung. Von mir aus? Und? Was brauchen wir denn? Ich habe bereits eine Liste vorbereitet. Hier. Knoblauch. Monschnecke. Ist das wirklich die richtige Liste? Hört sich eher nach einem Kochrezept an. Auch wenn sie alltäglich klingen mögen, besitzen diese Dinge längst vergessene Kräfte. Einst war die Nachfrage nach ihnen groß. Und zwar so groß, dass sie beinahe ausgerottet wurden, weshalb Mondtau in Vergessenheit geriet. Versucht es auf dem Markt in Nordstedt? Mittlerweile sind die Zutaten wieder weit verbreitet. Ach, das trifft sich ja gut. Ich wollte dort ohnehin demnächst einen alten Bekannten treffen. Deshalb gehe ich am besten vor. Wir sehen uns da. In Ordnung. Sei vorsichtig. Bis gleich, Taya. Viel Glück, Clive. Euch ebenso. Nichts gegen dich, Jill, aber also, ne? Ich muss hier überall einfach hin und her huschen, ne? Ah, da können wir Isabelle oder Isabella besuchen. Isabelle. Wo ist Taya? Oh. Gefallen dir meine Waren? Waren? Weiß ich nicht. Was hast du denn? Rauch der Erde. Ne. Falls du etwas brauchst, ich bin hier. Genau, die brauche ich. Aha. Da bist du ja, Taya. Ja, und da bist du. Ich habe mich schon umgeschaut und denke, dass wir hier alles bekommen. Aber, wenn wir uns aufteilen, geht es noch schneller. Jeder ein paar Zutaten. Na gut. Was soll ich suchen? Mal sehen. Besorg du doch den Knoblauch und die Peppionüsse. Und dann treffen wir uns am Tor wieder. Okay. Was auch immer Peppionüsse sind. Kaufen, verkaufen oder verschwinden. Verstanden? Und? Danke für die Peppionüsse. Und jetzt Knoblauch. Und jetzt Knoblauch. Viel haben wir nicht, aber sieh ruhig selbst. Du bist in Kilbrück immer willkommen. Taya ist sicher auch schon soweit. Alles schlachtfrisch. Alles schlachtfrisch. Bei mir musst du nicht in den sauren Apfel beißen. Oh. Na, alles aufgetrieben? Hab ich. Hier. Knoblauch und Peppionüsse. Sehr gut. Ich bringe die Sachen schnell zu Harpo. Erwartet sicher. Wobei... Ein Moment haben wir noch, oder? Komm mit. Schon komisch. Das ist das erste Mal, dass wir beide zusammen etwas erledigen. Hm. Jetzt, wo du es sagst? In all den Jahren, in denen wir uns kennen, hast du mich nicht einmal gefragt, ob ich dich irgendwohin begleite. Ein Jammer. Lieber spät als nie. Wolltest du nicht noch was erledigen? Ich hatte gehofft, bei der Gelegenheit neue Kräuter kaufen zu können. Jill und du haben meine Vorräte ganz schön erschöpft. Doch leider ist der Mann, bei dem ich sonst kaufe, nicht da. Und ich weigere mich, die Wucherpreise der anderen zu bezahlen. Ich frage nach Herr Karon für dich. Was hast du? Wie? Ach, es ist nur... Einmal war ich mit Sid hier, um Vorräte zu kaufen. Genau wie heute. Und genau wie heute war ich erfolglos. Sid hat sogar genau wie du angeboten, für mich mit Karon zu reden. Fünf Jahre ist das jetzt her. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Warte mal. Dann kennen wir beide uns auch erst seit fünf Jahren? Kommt mir länger vor. Mir auch. Es ist so viel passiert. Danke, Taya. Wofür? Für alles. Du bedeutest uns allen sehr viel. Wir brauchen dich. Ich hoffe, das weißt du. Wenn ich das nicht wüsste, wäre ich schon längst weg. Aber wenn du deine Gefühle schon so offen legst... Du wirst auch gebraucht. Von uns allen. Ich denke, wir sollten langsam zurück. Je schneller Harpo diese Zutaten bekommt, desto schneller hat Mith ihren Mondstau. Wir sehen uns später im Versteck, Clive. In Ordnung. Danke nochmal. Ja, ja, ist schon gut. Hasst mich nicht so sehr, dass ich Jill nicht mitgenommen habe? Aber ganz ehrlich, gefühlt jeder andere wird bestimmt Jill mitgenommen haben, okay? Also... Und also... Ich habe nachgeguckt währenddessen. Die haben sich nicht geküsst. Alles gut. Also Jill hätte uns nicht geküsst. Alles in Ordnung. Ist nichts Schlimmes. Ihr habt nichts Schlimmes verpasst, okay? Es ist in Ordnung, auch mal mit anderen Menschen irgendwie was zu unternehmen, ja? Es muss nicht nur Jill sein. Ich sollte Hippokrates fragen, wie er vorankommt. Außerdem, dann vermisst sie uns vielleicht ein bisschen mehr und zeigt mal Gefühle oder so. Hallo, Piepels. Willkommen zurück. Wie ich höre, lief alles glatt. Ah, besser spät als nie. Wir haben schon auf dich gewartet. Danke. Wie geht es mit der Recherche voran, Hippokrates? Gut. Sehr gut sogar. Vielen Dank, dass ihr dafür den Einkauf erledigt habt. Ich habe Taya schon alles erklärt. Alles weitere überlassen wir am besten ihr. Die Zutaten haben wir ja nun. Bleibt nur noch das Braun. Das übernehme ich. Beim Herstellen mysteriöser Gebräue macht mir keiner was vor. Das glaube ich dir gern. Und was ist mit den Schilden selbst? Sind schon in Arbeit. Bardolph und Obolus kümmern sich darum. Sie meinten, es dauert nicht mehr lang. Danke. Euch allen. Gern geschehen. Jill, kommst du mit mir in die Krankenstube? Eine helfende Hand kann sicher nicht schaden. Natürlich. Ach und, Clive? Es war schön zu reden. Lass uns das mal wiederholen. Wie es scheint, ist unser Werk fast vollbracht. Schade. Ich habe die Abwechslung durchaus genossen. Sind die Schilde und der Mondtau fertig, muss die Tinktur nur noch aufgetragen werden. Allerdings muss danach ausgiebig geprüft werden, ob alles funktioniert. Vielleicht sollte jemand mit Bescheid geben. Das übernehme ich. Danke, Apokrates. Dampferblassen 3. Gut. Dann sollte ich mit wohl Bescheid geben. Also ich finde, es war völlig fein, dass wir also Taya endlich machen. Also ich mag Taya. Taya ist süß. Taya ist lieb. Taya ist toll. Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich Sachen verkaufe, aber muss ich ja nicht. Ich mache ihn, wenn ich was kaufe. Also sowas wie das schwarze Blut oder so. Oh. Edith hat angefangen Bücher zu lesen, die keine Bilder haben. Was? Oh mein Gott, die Edith, Alter. Todeslost, ey. Aber nicht doch. Ich war nur der Laufbursche. Also dann, mal sehen, wie wir den ganzen Kram zusammengeschraubt kriegen. Auf zum blühenden Amboss! Ihr wollt, dass ich was mache? Ich schmiede Schwerter und Schilde. Nicht irgendwelche Wärme, was auch immer das war. Verschubaggregate. Sag ich doch. So oder so, hier baue ich den Kram nicht zusammen. Hier steht genug Zeug rum. Ich ziehe nach draußen um. Mit, du holst uns die Teile oben vom Deck. Ich übernehme hier den Rest. Schon dabei. Und bring mir den größten Hammer, den du findest. Ich werde hier gleich ordentlich die Funken fliegen lassen. Einige Zeit später. Fertig! Es ist endlich vollbracht! Ja, endlich. Ich glaub, mein verdammter Arm fällt gleich ab. Danke, Clive, Shledon. Ihr seid toll. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch dreimal. Wie bitte? Das war erst der Auftakt. Die Enterprise hat vier Mitril-Antriebe. Und da brauchen wir natürlich für jeden ein Aggregat. Das heißt also... Keine Sorge. Den Prototypen haben wir ja abgehakt. Den Rest bauen meine Jungs in Canva. Die werden sich freuen. Dann geh ich mal und leg meinen Ellbogen auf Eis. Wenn noch mehr Arbeit ansteht. Macht sie gefälligst selbst. Okay, mit Let's go. Was hast du denn? Ich denke nur an die Zukunft. An den Tag, an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegen segelt. Auf der Suche nach einem Land ohne Fäule. Das war unser Plan für sie. Damit wir dann, wenn ihr alles dem Bach untergeht und die Kontinente komplett schwarz werden, vielleicht doch eine Chance haben. Das war unsere Vision. Unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein. Aber jetzt, wo sie fast fertig ist, merke ich, dass ich mehr für sie will. Sie soll kein Rettungsboot sein, an das wir uns klammern, weil wir keine Wahl haben. Ich will... Die Leute sollen nicht auf ihr segeln, weil sie müssen, sondern weil sie's wollen. In einer Welt, in der wir nicht nur überleben, sondern unsere Leben leben. Ich arbeite daran. Ich will nämlich auch, dass dein Wunsch wahr wird. Das dachte ich mir fast. Pass auf, ich weiß, was ich mache. Sobald die Enterprise seetauglich ist, mach ich dich zum Kapitän. Du wirst das Richtige mit ihr tun. Bist du dir da ganz sicher? Irgendwas sagt mir, dass Papst das so gewollt hätte. Er wäre stolz auf dich. Du, ähm... Du gehst jetzt zu seinem Grab, oder? Das wollte ich. Und jetzt, wo dein Projekt fertig ist, kannst du sicher auch mit. Klar. Ich muss nur eine kleine Sache erledigen. Bin gleich da. Also gut. Ich sag Otto, dass du mitkommst. Wir warten in der Messe auf dich. Ei, ei, Käpt'n. So, aber dann würde ich die Aufnahme für jetzt beenden, weil ich muss noch was essen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.